da ist noch mehr viel zeug was ich übrigens mal gucken will statistiken genau 44 sequels werden uns noch fehlen ich bin also eigentlich gut er hat du nervt hätte ich das gewusst dass das so viel damage macht hätte ich das viel früher eingesetzt gegen die blobs in ictrasil haben dieses rote leuchten sie so verdammt gefährlich aus so so ich kapiere nicht ganz müssen die da was machen muss ich da vielleicht die beiden feuersteine hinlegen mhm Weil bis jetzt hat es mir das ja nix gebracht. Außer, dass ich hier immer noch die Schritte höre. Hm. So, was passiert wohl, wenn ich... ...hier überall Fackeln reinmache. Achso, hier war ja kein Teleporter, sondern... ...nicht so rum, so rum. Können wir nämlich jetzt die Fackeln eigentlich schnappen? Oh, scheiße. Äh... Nein. 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 Dieser Text. Warum? Warum? Seht ihr? Ich will nicht. Nein. 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 Jeff. Das war's für heute. Warum bist du hier? Warum? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was zur Hölle? Okay. Ich hab keine Lust mehr. Was zur Hölle habe ich da angerichtet? Das war's für heute. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Wo bin ich jetzt gerade gelandet? Ach, hier hinten, gell? Ja. Oh, da ist er. 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 Wow, 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 wow. Erstmal muss ich den loswerden, bevor ich den Hebel ziehe. Den Hebel da, ja, der macht nämlich hier auf, macht böse, während ich hier drin irgendwo eingesperrt bin mit dem Würfel. Schön, dass da kein Ausweg ist. Okay. Gut. Ich glaube, in der Mitte sind die vier Knöpfe, die die Stahltüren öffnen. So, da ist Stahltüren Nummer eins. Da ist sogar ein Schloss. Da war gerade Stahltüren Nummer zwei, da ist eine Sackgasse, da sollte ich aufpassen. Okay. Gut, während er da steht, kann ich mich umschauen ein bisschen. Und ich sollte wirklich hier drin auch Quick-Saves machen. Weil, wenn er so da steht, kann ich Saves machen. Da bin ich nämlich sicher, weil ich weiß, dass er mich jetzt hier nicht gleich zerquetschen wird. Okay. Danke. Vielen Dank.